Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Crypto Anarchist. Der Preis von XRP ist heute bei 54 Cent. Der ganze Markt ist wieder eher im roten Bereich. Wir haben Coins, die deutlich rot sind, wie hier zum Beispiel allen voran Scale Network mit 11%. XRP ist 5% im Minus, andere Coins ebenfalls hier alle so zwischen 5 und 10%. Bitcoin ist immer noch über den 50.000, sogar noch über den 51.000, hat aber einen kleinen Rücksetzer erlebt. Das hat bei den Altcoins aber einen doppelt so starken Einfluss gehabt. Nichtsdestotrotz starten wir einmal rein, denn Brad Garlinghouse, der CEO von Ripple, hat hier eine größere Ansage gemacht. Und zwar geht es hier um US-Regulation. Das ist ja auch alles in Ordnung. Es wird hier beispielsweise auch Ripples aktueller Kauf von Standard Custody erwähnt. Und jetzt kommt es, und das finde ich wirklich das Wichtigste, die XRP-ETF-Ankündigung hier, eines potenziellen XRP-ETFs. So spricht er hier davon. Und ich glaube, David und auch Brad Garlinghouse wissen ganz genau, was sie da tun. Also sie wissen, wenn sie sowas erwähnen, dass dann die Community einen Backflip macht. Denn das kann man logischerweise nicht einfach so stehen lassen. Das macht man nicht einfach eben so in unserem Nebensatz ohne Hintergedanken. Das ist aus meiner Sicht ganz klar hier provoziert, sage ich mal, dass man hier den XRP-ETF andeuten möchte. Und der sogar vielleicht von Ripple selbst rausgegeben werden könnte. Beziehungsweise in Zusammenarbeit mit einer Firma, mit einer Bank oder welcher Institution auch immer, die da entsprechend von Ripple die nötigen Ressourcen für bekommt. Gerade auch XRP müssen dann ja auch als Liquidität vorhanden sein. Die müssen auch irgendwo herkommen. Das Ganze könnte vielleicht als OTC-Trade von Ripple aus starten. Vielleicht ist das auch eine neue Strategie. Das fällt mir gerade spontan sogar ein. Eine Strategie von Brad Garninghouse und Ripple, dass sie ihre XRP aus dem Escrow loswerden. Dass sie quasi sagen, hey, okay, wir dezentralisieren das jetzt über verschiedene XRP-ETFs. Also das wäre eigentlich so ein neuer Gamechanger aus meiner Sicht. Wo man sagen könnte, hey, wir machen mal eine Milliarde XRP in den ETF und da und da und da. Und somit bietet man eben mehr Liquidität. Ist wirklich eine spontane Idee, die mir gerade so gekommen ist. Also schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, ob ihr das für realistisch haltet. Erstmal, dass überhaupt ein XRP-ETF kommt, der jetzt hier vielleicht angekündigt wurde. Ein potenzieller XRP-ETF. Und dann zusätzlich, ob ihr sagt, hey, vielleicht könnte Ripple darüber ein bisschen XRP loswerden. Wäre sehr interessant. Ich bin mal gespannt, was da in Zukunft noch auf uns zukommen wird. Wichtig ist aber festzuhalten, wir brauchen dafür regulatorische Klarheit. Das deutet er hier immer wieder an. Und das ist auch logisch. Und was das auch für den Preis bedeuten würde von einzelnen Anteilen, beispielsweise bei Token CTF, wäre hier beispielsweise, dass der Total Market Cap vom CTF-Token von 35 Cent auf über 300 Dollar springen würde. Alleine, wenn jetzt nur 30 Prozent des gesamten XRP-Market Caps da quasi reinfließen. Alleine das finde ich schon sehr, sehr stark. Und klar, 30 Prozent ist ein bisschen hoch angesetzt aus meiner Sicht. Die würden da wahrscheinlich eher im Bereich so 5 bis 10 Prozent agieren. Aber gut, kann ja erstmal passieren. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie das sich hier weiter auswirken wird. Und so einen Anstieg mitzunehmen, das ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Und der gute Sean McBride äußert sich hier auch nochmal dazu. Und sagt, dass 2024 oder 2025 wir endlich das Ripple IPO, also den Börsengang von Ripple erleben werden, aber außerhalb der USA. Ich glaube, das ist eine häufig benutzte Theorie, die jetzt mittlerweile oft auf Social Media hier rumgeistert. Meine Frage, die ich mir dann aber stelle, ist, warum, wenn sie das außerhalb der USA machen wollen, tun sie das nicht aktuell schon? Also zur Zeit brauchen sie eben noch die regulatorische Klarheit vor Gericht in den USA, um da vollumfänglich wieder agieren zu können. Das geht ja schon seit Jahren so und ist, by the way, auch ein bisschen geschäftsschädigend, würde ich vielleicht sogar sagen. Aber was weiß ich schon. Zumindest hat man in anderen Ländern, gerade zum Beispiel so in den arabischen Ländern, eigentlich gar kein Problem. Und gerade in Dubai und so weiter ist man eigentlich da groß vernetzt. Und deswegen die Frage, warum starten sie nicht eigentlich da den Börsengang und bieten da die Möglichkeit, ihre Aktien auf den Markt zu bringen? Also das wäre so eine Möglichkeit, wie man in Zukunft den Börsengang schnell und effizient durchführen kann. Aber irgendwas sagt mir so, dass sie das gar nicht so richtig wollen. Also insgesamt natürlich schon. Aber irgendwas sagt mir, dass das Ganze nicht so wirklich gewollt ist. Sie hätten es eigentlich schon länger durchführen können, haben es aber nicht. Und deshalb die Frage, warum? Warum sind sie da aktuell so wenig hinterher? Was machen sie da? Beziehungsweise wie wollen sie da in Zukunft weitergehen? Dann eine kleine Theorie, die von David Schwartz ein wenig angeheizt wurde. Und zwar zum Thema Ripple Payments. Denn er hat in der Vergangenheit gesagt, und das ist ganz wichtig, dass die Entwicklung im Sinne von Business-Entwicklung, also die Ausbreitung, die Akzeptanz und so weiter, von XRP über Ripple Payments langsamer gelaufen ist, als er es erwartet hat. Das sagt aber nichts darüber aus, ob es erfolgreich war oder nicht. Denn wenn ich mir das Ziel setze, dass ich irgendwie kaum 100.000 Euro verdienen möchte in einem Jahr und dann verdiene ich nur 80.000 Euro, dann habe ich immer noch sehr viel Geld verdient, aber eben nicht so viel, wie ich mir erhofft hatte. Also langsamer als erwartet quasi. Und genauso muss man das hier eben auch betrachten. Also nur weil sie jetzt in den Bereich Kaste, die weiter reingehen, Firmen aufkaufen, die das Verwalten von Kryptowährungen und digitalen Assets einfacher machen, heißt es nicht automatisch, dass man deswegen alles andere mit Payments jetzt links liegen lässt und sagt, ja komm, war schön gewesen, die Kunden, die wir jetzt haben, die können wir auch weiter bedienen, aber das ganze Ding ist jetzt eigentlich durch. So überhaupt nicht, sondern es geht natürlich darum, dass sie auch andere Sektoren erschließen, um noch weiter und größer Business machen zu können. Das alles spielt bei Ripple mit rein. Man hat viele verschiedene Faktoren eigentlich, die da mit rein zählen. Und deswegen sind Payments genauso ein Part davon wie Custody und eigentlich viele andere. Von daher unterstellt Ripple bitte nicht, dass sie jetzt irgendwie schlecht performen oder sowas. Das würde ich ganz und gar nicht so sehen, aber eben langsamer als erwartet aus deren Sicht, aus deren eigenen subjektiven Zielen, die die sich gesetzt haben. Dann geht es weiter von Dark Horse, beziehungsweise auch David Schwartz. Die hatten gestern schon eine Diskussion angefangen hier über Twitter und die habe ich schon ein wenig aufgeschlüsselt, aber das ging nochmal so in die zweite Runde. Und hier ein wichtiger Punkt, den Leute auch immer oft vergessen in der ganzen Debatte, den ich auch wenig erwähnt habe jetzt über die letzten Wochen und Monate. Aber gerade bei den Kryptowährungen, die David Schwartz oder auch alle anderen Ripple-Mitarbeiter, Ripple selbst oder irgendjemand von euch besitzt, haben wir natürlich immer den Punkt Steuern, der ganz, ganz wichtig ist. Also hier hat David mal ein paar kleine Beispiele aufgeführt, warum ein XRP-Verkauf quasi notwendig ist, in Anführungsstrichen, einfach mal als Extrembeispiel. Er sagt hier, stellt euch mal vor, ich bekomme von Ripple einfach als Bonus oder wie auch immer eine Million XRP. Also zu heutigem Kurs ungefähr 500 irgendwas 1000 Dollar. So, seine Steuer darauf ist ungefähr 54%. Klar, wenn man Millionen verdient, dann hat man eben auch eine hohe Steuer. Also muss er mal mindestens 540.000 XRP bezahlen, um quasi diese 460.000 XRP behalten zu dürfen. Problem ist aber nur, man kann seine Steuern logischerweise nicht in XRP zahlen. Das heißt, man muss das Ganze verkaufen. Und das ist eigentlich so der Hauptpunkt wahrscheinlich, warum solche Verkäufe dann eben da auch stattfinden. Wenn er zum Beispiel hier sagt, damals hat er beispielsweise XRP für 10 Cent bekommen, sagen wir auch mal wieder eine Million, damals waren es also 100.000 Euro. XRP steigt das Fünffache an, jetzt sind es 500.000 Euro. Das heißt, er muss jetzt diese 400.000 Euro korrekt versteuern, hat aber ja quasi dieses Geld gar nicht bei sich rumliegen, weil er diesen Gewinn ja noch gar nicht realisiert hat. Und das ist eben ein riesen, riesen Faktor, warum Steuern da mit reinspielen. Und dann sagt er hier, ist es jetzt er selbst, der dann sozusagen entscheidet zu verkaufen oder wird er nicht vielmehr so ein bisschen dazu gedrängt, dass er verkauft, weil er hat sonst wahrscheinlich nicht mal eben so 500.000 Euro rumliegen, die man dann eben dafür nutzen könnte. Zumal man ja sogar noch den Worst Case sehen könnte, dass der Preis von XRP dann wieder runter geht und man quasi für etwas Steuern bezahlt hat, was man ja eigentlich dann gar nicht richtig hat als Geld. Also das sind so ein paar Einschätzungen auch zur Steuerthematik, finde ich einen wichtigen Punkt. Natürlich verkauft Ripple auch logischerweise XRP, die nichts mit Steuern zu tun haben, das ist auch ganz klar. Aber ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt, der hier teilweise weniger beleuchtet wird. Dann geht es weiter von Circle und sie haben hier die Entscheidung getroffen, dass sie wahrscheinlich USDC, also USD Circle, nicht weiter auf dem Tron-Netzwerk betreiben wollen beziehungsweise dafür wahrscheinlich auch nicht länger verantwortlich sein sollen, so in der Richtung. Und das ganze Minting wird jetzt auch bald aufhören. Diese Übergangsphase bezieht sich noch bis 2025, Anfang 2025 im Februar. Bis dahin wird man aber alles, was damit zu tun hat, eigentlich eher einstellen, glaube ich. Und deswegen wird das Tron-Netzwerk USDC auch nicht mehr in dem Umfang unterstützen, wie es das aktuell tut. Ich glaube, was sie da tun, ist ihre Ressourcen zu bündeln auf andere Netzwerke. Zum Glück sind sie weiterhin auf dem XRP Ledger verfügbar und das ist ja auch eine recht neue Einschätzung und ein recht neues Projekt von denen quasi, dass sie da auf dem XRP Ledger reingestartet sind. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, ob man da jetzt auch in den Bereich XRP Ledger mehr reingehen möchte, ob man da jetzt vermehrt Ressourcen reinpackt oder ob sie eher sagen, okay, jetzt haben wir Tron von der Backe, aber was Neues brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber das nur mal kurz so nebenbei. Dann haben wir hier von Tilku ein kleines Update und zwar das neue XLS 47D Feature, das jetzt bald auf dem Mainnet hoffentlich verfügbar sein wird. Und wenn das Ganze verfügbar sein wird, dann hat man auch die Möglichkeit, Preisdaten, also sogenannte Preisfeeds quasi, über das Evernote Netzwerk zu schicken auf das Mainnet. Das finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Normalerweise spricht man da von sogenannten Oracles. Also ein Oracle ist quasi eine externe Datenquelle, die Daten auf die Blockchain bringt. Und so sehe ich das hier eben auch, dass die Evernote Nodes, kann man das so sagen, entsprechend auch bald Daten auf den XRP Ledger als Mainnet füttern werden. Finde ich einen interessanten Punkt, ist nur so eine kleine Sache ebenfalls nebenbei, aber definitiv eine Erwähnung wert. Dann haben wir hier nochmal die Easy A App, die jetzt in Zukunft Smart Contracts noch einfacher machen wollen. Also hier auf dem XRP Ledger. Die Smart Contracts, die jetzt hier gezeigt werden, sind offensichtlich in Solidity geschrieben. Also dem Standard, den man normalerweise für Ethereum, AVAX, Phantom, Arbitrum, Optimism und so weiter verwendet. Und jetzt könnte das Ganze in Zukunft eben auch auf den XRP Ledger kommen. Also da bin ich eben sehr, sehr gespannt. Über die App kann man ein bisschen programmieren lernen in dem Bereich. Da kann man auch ein paar Standardkniffe, ein paar Grundlagen lernen. Finde ich auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich bin keiner von den Leuten, die sagen, dass jeder Mensch auf der Welt programmieren können sollte. Aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass man die Logik dahinter verstehen sollte. Und dass man grundlegend wissen sollte, wie ein Computer eigentlich funktioniert. Beziehungsweise was da eigentlich so ein bisschen unter der Haube funktioniert. Einfach damit man das ein bisschen besser einschätzen kann. Auch gerade bei den Ledgern und so weiter. Weil ich doch oft das Gefühl habe, dass sehr viele Leute, die hier die Videos gucken, noch nicht so viel technisches Verständnis haben. Und das würde ich natürlich gerne ändern. Deswegen schaut euch Informationsmaterial an. Und natürlich hier die Videos um 18 Uhr. Wisst ihr Bescheid. Dann geht es weiter von Stellar. Stellar.org. Das Protokoll 20 ist jetzt offiziell live und bringt eben auch die Smart Contracts mit zum Mainnet. Normalerweise spreche ich ja gar nicht über Stellar, also XLM. Aber mit den neuen Smart Contracts sind wir da eben einen großen Schritt gegangen. Und ich hoffe natürlich, dass wir da Rückschlüsse ziehen können auf das, was passiert, wenn XRP irgendwann die Smart Contracts enabled. Denn das wird wahrscheinlich auch einen größeren Hype hervorrufen können. Ähnlich wie bei XLM hier. Wir haben uns ja letztens noch die Statistik angesehen, dass XLM tatsächlich immer recht genauso performt wie XRP. Fand ich ziemlich lustig. Aber der kleine Bruder sozusagen hat hier schon das Ganze vorgelegt. Finde ich sehr interessant. Und die Frage ist, wann bekommen wir die Smart Contracts endlich auf XRP. Dann haben wir hier von Michael Branch eine ziemlich schöne Auflistung, welche Banken XRP nutzen. Und da haben wir hier einmal eine schöne Auflistung. Natürlich sind das nicht alle. Und natürlich ist es nicht immer 1 zu 0. Also es gibt Banken, die sind mit Sicherheit deutlich tiefer involviert, wie zum Beispiel SBI Remit. Einfach eine sehr, sehr große Firma, die sehr stark hinter Ripple auch steht. Und auch hinter XRP logischerweise. Auch hier zum Beispiel Santander ist, glaube ich, auch groß mit dabei. Und dann haben wir wahrscheinlich andere Firmen hier, die nicht so tief drin sind. B-Tech und so weiter. Da haben wir jetzt alles noch nicht so viel von gehört. Ist ja auch gar nicht so wichtig. Aber das einfach mal hier so ein bisschen ein paar schöne Auflistung, welche Banken eigentlich bereits XRP nutzen. Natürlich steht immer noch nicht drin, in welchem Umfang. Ich würde mich freuen, wenn das in Zukunft nochmal transparenter dargestellt wird. Aber ich glaube, wenn wir diese Liste hier vervollständigt haben und nochmal mehr Banken mit on-boardet haben, dann sieht es wirklich sehr, sehr gut aus. Dann eine kleine interessante Theorie. Und zwar die Frage, ob der gute Musk, also der Nutzer namens Musk, hier damals ein All-Time-High predicted hat. Das Ganze könnte hier durch einen genaueren Blick einmal aufgelöst werden, ist die Frage. Denn wir haben hier Musk, der eine neue Wallet verlinkt hat. Also eine neuere quasi. Natürlich wichtig, dass man nicht jetzt sagen kann, dass das wirklich Elon Musk ist. Der mit Sicherheit bekannteste Musk, den es wahrscheinlich so gibt. Aber wir haben hier eben die gesamte Wallet. Und wenn wir uns das hier zeitlich anschauen, dann passt das schon ziemlich, ziemlich gut. Und diese Wallet hat perfekt getimt, 2018 das All-Time-High zu knacken quasi mit 300.000 XRP, die auf Bitstamp geschickt wurden, einen Tag vor dem 3. Dezember. Also da hat man genau quasi im Peak verkauft. Da hat jemand dann hier entsprechend gekauft bei 25 Cent und hat dann innerhalb der nächsten ein, zwei Tage, wo es dann halt so extrem angestiegen ist, dann perfekt verkauft. Und da ist eben die Frage, kann man das menschlich gesehen einfach so timen? Gibt es da noch andere Wallets von? Nicht, dass ich davon gehört hätte oder sowas. Aber damals eben große Summe gekauft, dann perfekter Anstieg gehabt und direkt verkauft. Also da muss man sagen, entweder Glück oder ein Könner oder ein Insider. Ich glaube, diese drei Möglichkeiten gibt es da. Wobei Könner doch schon etwas unrealistisch ist, einfach wenn man davon ausgeht, dass er das perfekt getimt hat. Dann nochmal kleiner Hinweis, wird es ja in Amsterdam und zwar im Juni, 11. bis 13. Juni, eine Präsentation geben. Und zwar hier vom XRP Caffey. Finde ich sehr cool. Kleine süße Zeichnung gibt es hier ebenfalls schon. Also alle Leute, die in Amsterdam mit dabei sind, die können mir gerne mal in den Kommentaren dann berichten, wie es so war. Wir werden natürlich auch am nächsten Tag dann hier im Video darüber sprechen. Und nicht nur da sind aktuell sehr viele Leute unterwegs. Auch hier bei der sogenannten Future of Digital Asset bei XRP Las Vegas haben wir einige große Sprecher, die da mit Sicherheit sehr gerne sprechen werden am 3. Mai. Brad Garlinghouse, Michael Arrington, John Deaton, Top-Personen hier im Space. Christopher Giancarlo und auch die Ute Eleanor Territz. Die meisten hier kennen wir davon und haben auch einen gewissen Track-Record. Finde ich sehr, sehr cool. Ist natürlich in Las Vegas offensichtlich. Also wahrscheinlich für uns alles eher nicht erreichbar. Aber wir sehen schon, also gefühlt zumindest, gibt es dieses Jahr deutlich mehr Messen als letztes Jahr. Dann haben wir hier noch von MinusWells ein paar sogenannte Governance Proposals auf Flair. Das bringe ich ja manchmal mit rein für die Flair-Fans hier. Und da kann man eben mit dabei sein. Also hier gibt es eine kleine schöne Übersicht darüber, was da genau entschieden werden soll. Erstmal kann man das natürlich jetzt hier durchlesen und so weiter. Diese Frist geht jetzt noch ein paar Tage und dann kann man entsprechend ein paar, ich glaube ein, zwei Wochen dann meistens dann voten. Das sehen wir dann hier. Und wenn das Ganze akzeptiert wird, dann haben wir entsprechend am 15. März und am 26. März das Update hier. Diese zwei sind hier für Flair und Songbird und einmal nur eins spezifisch für Songbird. Also ein wenig mehr für das Testnetzwerk, für das Kostorn-Netzwerk oder wie heißt das nochmal. Aber insgesamt natürlich schön ein Improvement. Und am Ende haben wir natürlich wie immer noch ein Fund-Vide. Hier einmal vom Maxis Club und zwar hier oben der kleine Junge. Guck mal Mama, diese Bitcoiner, die posten aktuell immer Memes im Internet. Und dann sagt sie hier, nee, guck sie nicht an, sonst wirst du noch beeinflusst von ihnen. Und dann eher auf einmal so, GM, 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 good morning. Und die Mutter ist besorgt. Ja, so kann das auf jeden Fall passieren. Ich meine, so kann das auch passieren, wenn man hier diesen Kanal zu häufig konsumiert, dass man dann sehr bullig auf XRP wird. Das ist immer so ein bisschen eine kleine Nebenwirkung davon. Aber gut, die XRP-Community ist auch auf jeden Fall groß. Von daher, ja, ist schon sehr, sehr nice. Und ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder zu neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Und bis dahin, schreibt mir nochmal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao.